Hallo, ich habe jetzt hier sozusagen den Bruce Willis bei mir, den Bruce Willis, weil er eine ganz tolle Stimme hat. Aber nur wegen der Frisur. Wegen der Frisur auch so genau. Das ist der Peter Ritter, der auch schon seit über 20 Jahren dem Modellflugsport sehr zugewandt ist. Und Peter, was ist das Besondere für dich daran? Modellfliegerei, Motormodellfliegerei, Jetmodellfliegerei. Erst ein Hobby, später dann auch haben wir es verbunden mit einem Job, mit einer Nebentätigkeit, wenn man so sagen darf. Wir produzieren seit 1997, produzieren wir selbst Filme, DVDs von verschiedenen Events weltweit, haben wir es gemacht. Wir wissen ja alle, der DVD-Markt ist heute über das Eingebrochen. Das hat uns dazu veranlasst, auch ein gewisses Zubehörsortiment, insbesondere für Großmodelle, mit ins Programm zu nehmen. Das ist das, was wir eigentlich tun. Er selber veranstaltet auch Flugveranstaltungen, und zwar in Bad Sassendorf. Nächstes Jahr, 2014, ist wieder geplant, im Frühjahr wahrscheinlich. Ja, wir veranstalten Messen, wir veranstalten Flugveranstaltungen, aber Messe ist halt unsere Pro Wing in Soest, Bad Sassendorf, vom 9. bis 11. Mai 2014 wieder. Wir sind natürlich alle herzlich eingeladen, wir wissen, was es ist. Das Konzept ist ähnlich, der Jetpower. Die Jetpower ist ja mittlerweile 10 oder 11 Jahre schon aktiv, und wir sind auch von Beginn an quasi mit hier dabei. Herrliche Lokalität, tolle Leute, tolle Menschen, toller Veranstalter hier. Es macht riesen Spaß bei der Jetpower. Ich fühle mich etwas geblendet. Ich glaube, es liegt hier. Es liegt an der Sonne wahrscheinlich. Es liegt am Licht. Ja, ja. Ja, vielleicht letzte Frage noch. Was macht diese Veranstaltung ganz besonders, Peter? Diese Veranstaltung ist eine spezielle Messe, insbesondere natürlich ausschließlich für Jetmodelle, Turbinen-getriebene Jetmodelle, elektrisch betriebene Jetmodelle. Internationales Publikum, internationale Aussteller sind hier vor Ort, und das macht diese Messe eben sehr besonders. Ich danke dir sehr für das Gespräch, was du uns hier gegeben hast. Herzlichen Dank auch, dass ich etwas erzählen durfte. Alles Gute weiterhin, guten Verkauf und gutes Gelingen bei allem. Und bleib am Himmel, denn er ist natürlich auch Pilot. Okay, herzlichen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss.